Hallo Leute, ich habe den ersten Film verpasst, aber jetzt kommt der zweite. Play, nur für euch, die Grillshow. Finden, oh ja. Willkommen zu Johnny's X-Men Special. Hong Kong. So Freunde, da sind wir wieder. Wok an, hier, Hans und Kamin hier, wie er den tunet, seht ihr hier, rechts im Video. Ich halte da noch ein bisschen drauf. So, und nun hier, Erdnussöl rein in den Wok, oh ja, schön erhitzen. Ja, gibt zu Neue, ne? So, seht ihr hier, ja, schön heiß ist es so. Und jetzt ein bisschen schwenken da drin und jetzt wieder erhitzen lassen. Genau, hier, Präsentierhand, hier, da sind meine Zutaten für heute. Chili-Paste, zuerst rein hier, genau. So, und dich ein Löffel, ganz genau. Perfekt. So, und dann das Fleisch hinterher. Sehr schön. Oh ja, sind Rinder-Minuten-Steaks, kleingeschnitten. So, das sieht gut aus. Na Freunde, die Wokken ist geil. So, nun hier, zack, hier, wow, umgedreht hier. Ja, sehr schön, wie das. Mh, und natürlich ein paar Zwiebeln in der Mitte. Fleisch müssen nach außen, jetzt kommen die Zwiebeln in der Mitte rein hier, komm schon. So, hier, oh, zack, anschmoren hier, wunderbar, oh ja. So, und nun, wenn wir das hier haben, uns sputzelt auch schön. Jawohl, hier, nochmal, ein kleines No-Mo, ne, wow. So, Brokkoli rein hier. Zack, eine Hand, eine zweite natürlich auch noch, das reicht uns erst mal hier. So, und nun, abraten wir uns alles schön an. Jetzt gibt hier Knoblauch. Und was kommt als nächstes? Na, seid schon gespannt. Na, die Möhrchen. Eine Handvoll Möhrchen. Oder auch zwei. So, eins drin hat hier schön um immer schön Wänden her. Und jetzt kommen unsere Lauchzwiebeln, kleine Hacktier. Wunderbar. So, und nun, Freunde, ganz genau. Jetzt kommt ein sehr schönes Zutatchen, nämlich. Oh, mein Praktikant will auch mal ran. Ja, er hat's noch nicht so ganz drauf wie Onkel Johnny, aber. Na ja, es wird, ich lern ihn ja auch nur an. So, und natürlich hier die Sprossen nicht vergessen, ne. Die Zutat meinte ich eben. So, Sprossen rein, ballern wir hier. So, und als nächstes lunnen wir gleich was hinterher. Ja, ja, Freunde, ganz genau. Eine volle Packung, hier gibt's. Oh, schön wenden hier. Jawohl, die Bohnen. Oh, Bohnen. Schön reinlunsen, reinfeuern in den Topf. Ganz genau die Pfanne jetzt gefüllt. Nur für euch. Und dazu kommt das Zitronengas. Da, ich hab's schon reingekippt. War ein bisschen zu schnell, aber ich hab nochmal drauf gezeigt. Ist wirklich drin. Ja, Freunde. Und nun hier, genau, Paprika. Bunte Paprika. Hier, ein paar rote noch dazwischen. So, und jetzt kann ich mal wieder weg für die zweite Pfanne. Und nun, jawohl. Schön umrühren. Ja, sehr gut. Ah, ja. So, und nun hier, Fischsauce, Sojasauce. Dritte, vierte Hand hier. Jawohl, danke, Freunde. So, und nun hier, Reis. Ne Ladung Reis. Ne Teller Reis da rein, Freunde. Ganz genau. Den lundeln wir da jetzt rein und mischen das da drunter. So, komm schon, hier. Ja, das sieht gut aus. Zack, hier. Wunderbar, Freunde. Sieht doch gut aus. So, und jetzt. Ein Töpfchen Gemüsebrühe hier. Ein ordentlichen Schuss da rein, zum Ablöschen. So. Zack, muss man abwägen, wie viel man reinschüttet. Für euch, Freunde. So, und nun, natürlich. Ja, endlich ist er mal wieder da. Ja, er kommt gleich. Und nun zauber ich ihn hinter meinem Rücken hervor. Den Deckel, jawohl. Er ist ein bisschen kleiner als der Wok, aber er tut seinen Dienst. So, jetzt lass mal ein bisschen kochen hier, einkochen. Wunderbar. Dann die Bohnen auch durch. Und dann sieht das Ganze so aus. Nach zehn Minuten. So, wunderbar, Freunde. Nun, Deckel wieder drauf, denn wir nehmen das Gefährten mit. In die Anrichtungsküche. Oh ja. So. Klein Topp unten drunter. Und schon hält der Wok. Wunderbar. Deckel ab, Freunde. Schüssel startklar. Und jetzt hier. Ich grabe nochmal um hier. Beauty-Shot. Anstatt des Anschnitts mit umgegraben. Oh. Wie das duftet. Oh ja. So, und jetzt eine schöne Kelle hier. Ja. Ab auf den Teller damit. Oh ja. Super. Oh, nicht geizen. Na, kann auch noch eine hinterher gelunzt werden. Ja, wunderbar. Oh ja. Pizza rein. Ja, und hier sind sie. Johnny's Asien-Style Beef. Broccoli. Wok. Boys und Girls, ballert's euch rein. Hier noch ein kleines Auswahlmenü. Mit der Folge vom letzten Mal, wo ich den Wok baue. Hier nochmal verlinkt für euch. Ganz genau. So, Freunde. Bis zum nächsten Advent. Ciao.